Herzlich willkommen beim diesjährigen Gitarrenfestival in Weisenheim. Wir sind das Gitarren-Duo Gold's Danilov und wir freuen uns sehr über die Einladung und dass wir heute die Bühne zu euch nach Hause bringen können. Dabei haben wir unsere neue CD namens Intuition und ihr breites, buntes Repertoire werden wir heute präsentieren. Zu unserem ersten Stück wird nun Söden sich äußern. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu unserem Konzert. Wir beginnen mit der Suite Nummer 5 von Georg Friedrich Händel aus der Barockzeit. Dieses Werk wurde im Original für das Klavier komponiert. Sie hören es nun in einer Bearbeitung für zwei Gitarren. Und wir beginnen mit dem Prälude. Anschließend folgt die Allemande. Darauf folgt die Courante. Und zum Abschluss die R mit fünf Variationen. Dann Musik 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 Amen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Musik 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 Das nächste Stück, was Sie hören werden, als großer Kontrast gedacht, von Paolo Bellinati, der Django. Das Lied wurde vom Komponisten mit einem afrikanischen Tambro komponiert. Das heißt, Sie werden an mehreren Stellen unter anderem auch perkursive Elemente aus der afrikanischen Musik hören. Viel Vergnügen mit dem nächsten Werk. Musik 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 Erneut folgt ein Kontrast zu dem eben gehörten Stück Shongo. Wir spielen nun für Sie das Stück An der Wiege von Edward Grieg. Dabei handelt es sich eigentlich ebenfalls wie auch bei Händel um ein Werk für das Klavier im Original. Sie hören wieder eine Bearbeitung für zwei Gitarren, ein Wiegenlied, das sehr viel Ruhe ausstrahlt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 euch gefallen hat. Als letztes und großes Werk kommt die Gandhi Variationi Concertanti von Mauro Giuliani. Mauro Giuliani war ein hervorragender Komponist und auch Konzertgitarrist der klassischen Zeit und revolutionierte das Gitarrenspiel und machte die Gitarre in Europa erst richtig berühmt. Hören sie nun eines seiner wenigen Werke, die für zwei Gitarren komponiert wurden. Vielen Dank fürs Hören und wir wünschen eine schöne Zeit trotz aller Umstände und hoffen, dass wir uns nächstes Jahr beim Wettbewerb wiedersehen und beim Festival. Vielen Dank. Und bleibt sie gesund. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.